So, dann fahren wir mal zu diesem Bahnhof und untersuchen den. Stopp, stopp. Jetzt bin ich ein bisschen... Haben wir eine Karte? Wir haben doch eine Karte. Ich habe doch hier in meinen Archiven eine Karte. This suitcase contains my archives. This suitcase contains... Da komme ich doch noch gar nicht hin. Da muss ich mein Eveschirm hängen. Und hier müssen wir mit Donkester gucken. Hier ist irgendwo eine Abzweifung von den Gleisen. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Hmm. This scent is familiar to me. But in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Mhm. Mhm. Aha. So wird ein Schuh draus. Aha. So wird ein Schuh draus. A hint of... Peppermint. Riccardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson. I refer to the cigar. It is a Riccardo Torrent. A Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. No? Okay. Da ist der Asche. Verbranntes Stück Papier. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish brown cigar with a strong aroma. A hint of... Peppermint. Yeah. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Checking by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fella. A man who smoked the Riccardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Okay. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Oh, no, 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 stop, 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 stop. I've seen something here. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Okay. A telegraph. Holmes, look. There's a flooded area over here. Hmm. I believe that the flooded area might be worth checking. Okay. Then check it out, let's check it out. Let's check it out. Let's check it out. Let's check it out. Huh? Das hat er doch gesetzt, oder? Der hat gesagt, wir sollten das überflutete Gebiet uns mal angucken. Aber hier ist nichts. Ich darf auch hier irgendwo reinlaufen, oder? Darf ich irgendwo reinlaufen? Nein. Äh, ja, dann quatschen wir mal mit dem Kollegen, der da sitzt. Mal gucken, was der so sagen hat. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can. tell you about last night. Huh? Was? Erstmal abchecken. Den Kollegen. Genau, aber da ist der fehlende Knopf. Nicht da. Ringspuren, okay. Ich bin jetzt her. Das ist die ganze Zeit. Ich bin jetzt so. Und das ist ein Schweizer Neues. Ich habe ja auch etwas Angst. Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier bei dem Schrager. Ich bin jetzt hier. Ich habe hier nur ein paar Monate gelesen. Und wo hast du gearbeitet? Ich war hier in Nottingham. Ich habe mich gefragt für einen schönen Ort, also habe ich mich hier verabschiedet. Life ist günstiger. Ich kann wirklich nicht beurteilen. Ja, wegen dem Glück. Ja. Ja. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Okay. Goodbye, Sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead we can check the beach area around the flooded lake. Jetzt darf ich, oder was? Aber das ist kein Strand. Aber wo darf ich denn sonst hin? Das ist nirgendwo wieder. Hier wäre ich jetzt bestimmt gleich umgedreht, oder? Ich wusste es. Okay, da komme ich nicht lang. Und dann komme ich hier mit Sicherheit auch nicht lang. Das ist hier irgendwas. Das ist 100 Po hier irgendwas. Was ist das denn? Tee ist mein Talent. Hier ist nix. Aber das ist doch nicht der Strand, oder? Das ist doch nicht der Strand. Ich guck mal, ob wir hier weiterkommen. Weil hier vorne ist das klar ist, was abgeht. Und das sollte ich ja untersuchen, oder? Okay. Machen wir uns hier die Weiche mal. Also, ich finde ich die Weiche. Okay. Ja. Ja. Könnte gesunken sein. Der Zug könnte in einem Überflutenscheibe ohne DS-Wand-Wund-Design versenkt worden sein. Ja. Kann nicht gesunken sein. Der Zug kann nicht in einem Überflutenscheibe ohne DS-Wand-Wund-Design versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis ein Stück fehlt. Nee, 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 nee. Der ist da versenkt worden. Das würde nämlich die Arbeiten erklären, die die gemacht haben, obwohl es in einem anderen Bahnhof war. Das glaube ich nämlich eher. Könnte... Da waren doch Arbeiter. Die haben sich bestimmte Werkzeuge von dem geliehen, sind hierher, haben die Gleise rausgerissen und haben das Werkzeug wiedergebracht. Und dann ist der Zug wegge... weg. Wusch! So. Äh... Was haben wir hier? Ganz in jedes Bahnhof, ein großes, überflutes Gebiet. Und einen alten Steinbruch. Hier... Besuchen Sie den Küstenbereich des Sees. Hä? Das hab ich doch grad... Also da muss irgendwas sein. Kann ich hier reinlaufen? Nein. Ahem. 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 Öff. Ahem. Da h�면 er doch was? Aber hier ist nichts. Aber da verstehe ich es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh, Watson, would you like some tea? This post bag belongs to the station master Selten Alpine Street to Basford, Nottinghamshire Meine Liebe, ich bitte dich mir diesmal zu vertrauen Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können Das ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst Glaub mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotzdem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst In Liebe, Edward Rief an den Anwalt The station master appears to have found himself in some financial trouble Anwalt can't lie on Corwell Main Road Ja, BR6 9HJ Bromley London In Antwort auf Ihren letzten Mahnenrief Möchte ich Ihnen versichern, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden begleichen werde Hochachtungsvoll, Edward, Duff Der Zug hat den Bahnhof in Deutschland, was passiert? Der Bahnhof hat... ne, 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 ich glaube eher der Zug kam nie in Doncaster an Der Bahnhof hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet Möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen Das glaube ich nämlich auch So, hier ist jetzt nichts mehr Waking Hall waren wir, Waking Hall Ach, das ist beides das gleiche Okay, dann reden wir ihn jetzt noch Reden wir nochmal mit ihm und setzen ihn nochmal ein bisschen unter Druck Mit den zwei Briefen, die wir gefunden haben Vielleicht erzählt er mir dann mehr Oh, okay, ne, macht er nicht Dieser Abschnitt, hey, der macht mich so Er triggert mich so Okay, jetzt können wir sagen, wir gehen weiter, das Nebengleis von Ifsham kontrollieren So, hier sind wir gestartet Jetzt lass mich mal hier durch Weg, weg, ich hab's eilig London, Doncaster Hier ist doch Doncaster, das Nebenglad Hier geht's nach Doncaster, genau Hier muss doch irgendwas sein Oder ne, da ist es in London Richtung London war das Oh, cool There was a building here not so long ago But I don't understand, Holmes Why would anyone destroy the Shed in such a manner? It was disassembled in great haste It is most odd Jetzt wird's immer verwunder Jetzt blicke ich fast gar nichts mehr Traces, let's take a closer look Abmessen Nothing interesting here The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches The vehicle would have been heavy as these tracks are quite deep These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials This road should lead to the town of Yvesham Oh, okay Aha Okay Ich muss nur Genau, hier Yvesh Da geht's nach London Aber hier sind wir irgendwo Und das ist Yvesh Ich glaube ich Oder? 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 Eine Bitte Bis zum nächsten Mal.